Was geht? Heute mein zweites Video. Folgt und liket alle. Sehr nice würde wir auf dem Video die 100 Likes schaffen, aber keine Aufforderung. Ja, auf jeden Fall heute mal den Live-Start auf dem Realschulhof. Ist geil zum Tricks und so. Hier geht es auch um Treppen, die kann man auch gut runtersetzen, aber die Wahrscheinlichkeit gut hinzufallen. Auf jeden Fall fahre ich erstmal eine Runde. So, gleich weg. Ach Gott, ich lasse mal an mich. Ja, übe ich kurz mal einen Trick. Manche wahrscheinlich ist kurz nichts auf der Aufnahme, aber ich übe den Zickle-Driver. Ist eigentlich ein ganz entspannter Trick, aber ja. Jetzt machen wir mal den Zickle-Käufer. Ich weiß nicht, ob es geht. Vielleicht hier ist ein Schirm. Oh Gott, was mache ich denn hier? Ja, hier ist gut. Ja. Ja. Fast geschafft. Boah, war der gut, Alter. Oh Gott, war der Zwischenstopp. Ich möchte zu einer anderen Treppe, weil hier ist so langweilig, jetzt mal da weiterzufahren. Bis nach Vorentagswoordnacht und da rechts runter, weil manchmal schaffe ich, manchmal nicht. In der Hoffnung, dass ich es schaffe. Ja. Drei, zwei, eins. Boah. Perfekt. Oh Gott. Wir haben es mal angekommen. Da hinten halt. Eigentlich darf ich hier. Mal einfach mal hinkommen. Schreien nach dem Kabel. Ich hab dicke Eier. Ich bin auf der Suche nach einer Frau und Rufe. Ich hab dicke Eier. Ich bin auf einer Feier und bin fly die Geier. Ich hab dicke Eier. Ja, ich ignoriert einfach hier die Erde. Weil gestern ein Muskerflotel, die Muskerflotel ist nicht geil und da hat mich halt richtig zusammengeklappt. Das ist ein Lappgatt. Ich sag, ich hab dich. Genau, ich bin auf jeden Fall. Ja, was soll ich sagen? Ja. Das war's für das Video, weil so heißt, es hat die Video über 15 Grad, oder es hat auch 15 Grad, 25, ich erdonderung. Auf jeden Fall war heute absolut ein nachstrengender Tag. Absolut durchgeschwitzt, obwohl ich die Video-Fahrer gefahrt bin. Ja. Und trotzdem hat es gut gemacht. Ja. Ja. Vielen Dank.